Krämer steht für Spezialisierung in der Herstellung und dem Vertrieb von Qualitätsprodukten aus Gummi, Kunststoff und thermoplastischen Elastomeren für industrielle Abnehmer. Vom Einzelteil zu komplexen Baugruppen. Unsere Liefermöglichkeiten sind so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden. Maßgeschneiderte Lösungen von Krämer. Branchenübergreifend eingesetzt, leistungsfähig in der Anwendung, präzise in der Funktion. Krämer begleitet Sie durch den Tag. Im Badezimmer ist einwandfreie Funktionalität und Hygiene gefragt. Dichtungen von Krämer machen Ihre Armaturen perfekt. Das Wasser soll laufen, aber nicht tropfen. Der eingesetzte Elastomerwerkstoff EPDM erfüllt die Anforderungen im Hinblick auf Hygienevorschriften und Normen im Trinkwasserbereich. Produkte, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden, müssen zahlreiche Zulassungskriterien erfüllen. Krämer Silikonformteile sind hitzebeständig und im Kontakt mit Lebensmitteln praxiserprobt. Geprüfte Werkstoffqualitäten geben dem Kunden Sicherheit. Eine Isolierkanne erfüllt einen ganz klaren Zweck. Getränke müssen heiß oder kalt bleiben. Krämer stellt thermoplastische Elastomerdichtungen und Silikonohrringe her, die die Dichtigkeit gewährleisten und die Isolierwirkung unterstützen. Detaillierte Werkstoff- und Konstruktionskenntnisse zum Nutzen des Kunden. Stabiler Halt, perfekte Sicht. Der Innenspiegel ist mit weichen Silikonschlauchabschnitten vibrationsarm gelagert. Die Außenspiegel dichten dank der Krämergummiformteile zur Karosserie ab. Formteile aus EPDM trotzen jeder Witterung. Glasfassaden gehören zu den architektonischen Meisterleistungen. Sie sorgen für viel Licht in Gebäuden. EPDM-Fassadenprofile und Rahmendichtungen von Krämer sind das i-Tüpfelchen für Funktionalität und Qualität. Sie sind extrem witterungsbeständig und formstabil. Dabei kommt es gerade hier auf die perfekte Passgenauigkeit an. Ein guter Start in den Tag. Viele Funktionalitäten im Alltag werden nicht bewusst wahrgenommen. Schubladen und Türen sollen sich geräuschlos schließen. Wasserstrahlgeschnittene Zellkautschukteile von Krämer machen Schubladen leise und geschmeidig. Nutzen- und Anwenderorientierung stehen in der Entwicklungsarbeit mit dem Kunden bei Krämer an erster Stelle. Guten Appetit! Dichtungen und Formteile sind für die Funktionalität eines Backofens von entscheidender Bedeutung. Die verwendeten Silikonmaterialien müssen nicht nur extrem hitzebeständig, sondern auch für den Lebensmitteleinsatz in Kontakt mit Fetten und Wasserdampf geeignet sein. Krämer verwendet hier spezielle Silikontüten. Vorsicht Chemie! O-Ringe aus FFKM Crevolast sind besonders beständig gegen aggressive Agenzien. Durch seine sonst extrem hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit wird der Werkstoff besonders in der chemischen Industrie und im Anlagenbau eingesetzt. Krämer setzt mit der Eigenmarke Crevolast ein Zeichen für mehr Wirtschaftlichkeit und bietet ein umfassendes O-Ring-Lieferprogramm. Alltagsprodukte – nicht spektakulär, aber wir benötigen sie. Hunderttausendfach leisten sie ihre Dienste und machen so unseren Alltag etwas leichter. An einen Reinigungswagen werden hohe Anforderungen in puncto Funktionalität gestellt. Und damit dies möglich ist, wirken Teile im Unsichtbaren. Umweltschutz und Nachhaltigkeit stehen Pate für die Entwicklung und Patentierung des wasserlosen Urinals des Marktführers URIMAT. Das bereits mehrfach ausgezeichnete wasserlose Urinal funktioniert mit einem innovativen Geruchsverschluss. Krämer hat in wesentlichen Teilen die Konstruktion dieser Baugruppe ActiveTrap unterstützt. Krämer ist verantwortlich für die Herstellung sämtlicher Einzelteile, den Zusammenbau und die Funktion. Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit Funktionalität in Kontakt mit Schmierfetten, sowohl im professionellen Einsatz als auch bei Hobbyhandwerkern. Wenn das Markenendprodukt viel leisten muss, müssen dies die Einzelkomponenten auch. Gehäusedichtungen von Krämer ermöglichen komfortables Handwerk. Kabeldurchführungstüllen müssen elastisch sein, um stromführenden Leuchtengehäusen ausreichenden Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit zu bieten. Krämer Kabeldurchführungstüllen gewährleisten eine optimale Leistungsführung. Präzise Abstimmungen im Prototyping im Vorfeld der Serienwerkzeugerstellung sorgen für Kostenersparnis bei der Serienfertigung anspruchsvoller Zeichnungsteile. Krämerprodukte begleiten Sie durch den Tag, überall auf der Welt und leisten dort, wo Sie eingesetzt werden, für die Anwender meist unsichtbar zuverlässig Ihren Dienst. Erweitern Sie mit uns die Krämer Welt. Krämer�� Krämer 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 Krämer